Hallo, mein Name ist David Magauer und ich bin seit 2010 bei der Firma IMTEK. Ich bin gelernte Elektriker und habe bei der Firma IMTEK den Kältetechniker nachmachen dürfen, das was das A und O ist in meinem Job. Und bin seitdem als Servicetechniker bei der Firma tätig. Ich habe mich für die Firma IMTEK entschieden, weil mich die Technologien sehr interessieren und ich gerne Kundenkontakt habe. Ich finde besonders an meinem Beruf, dass die Tage immer individuell sind und immer neue Herausforderungen bringen. Das Beste an meinem Job als Servicetechniker ist das, wenn ich bei der Haustür aussiege und der Kunde ist sehr zufrieden. Mir gefällt bei der IMTEK sehr gut, dass es eine ehrliche Firma ist und dass gut mit uns umgegangen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.